Wie jeden Montag testen wir wieder Drogerie-Neuheiten. Diesmal aus der Kategorie Make-up und L'Oreal hat eine richtig schöne BB-Cream herausgebracht, die Skin Paradise. Ich bin wirklich krass überzeugt. Deckender, als ich dachte für eine BB-Cream, hat auch noch ein Lichstensfaktor 20 mit drin und sieht wirklich super natürlich und schön auf der Haut aus. Weiter geht's mit Art Deco. Da gibt es nämlich einen Blush, den ich tatsächlich sehr überteuert finde. Also die Farben sind super aufeinander abgestimmt, sehr schön, aber meiner Meinung nach zu teuer. Und von der neuen Lidschattenpalette von Max Fokter bin ich tatsächlich sehr begeistert. Metallic Farben sind drin, matschimmernd und glitzernd und wirklich sehr gut pigmentiert. Lassen sich super verblenden, also wirklich top. Und von der Limited Edition von Catrice Lip Bloss Beautiful You Plumping bin ich sehr überzeugt. Super schön, wie ihr seht, also mein Favorite.